willkommen zum neuen video ich habe mir gedacht ich zeige euch heute mal eine kleine tasche die sich bei mir wirklich sehr bewährt hat auf Buschkraft Touren und auch sonst allgemein ich hatte die auch mit dem Urlaub gehabt und ist also wirklich ein sehr nützliches Teil das ist die Helikon-Tex Tasche nennt sich Essential Kitback hat einen Tragegurt dran den man auch abmachen kann weil man das Ding nicht sich irgendwie umhängen mag und ich finde das Teil einfach mega praktisch es hat sich bei mir jetzt schon lange bewährt hat auf der Innenseite oben im Deckel eine kleine Netztasche die allerdings nicht verschließbar ist mit Klett oder Reißverschluss also die ist einfach offen hat hier so ein Zug so ein Gummizug da kann man ihn etwas erweitern und so sieht das Teil von innen aus ich hoffe man kann das sehen hat noch hier ein Innenfach drin auf der Rückseite unten im Boden ist ein kleines Loch falls da mal Wasser reinkommen sollte weil ich dazu sagen muss wasserdicht ist die natürlich nicht das sollte aber auch klar sein dann gibt es zwei Außentaschen die man mit einem Reißverschluss öffnen kann und auch mit einer kleinen Netz-Innentasche das ganze Teil ist also wirklich echt robust verarbeitet ich sag mal Relicotex Qualität halt das gleiche auf der anderen Seite auch mit einer kleinen Netztasche noch ja und auf der Rückseite Molle Schlaufen hier oben ist noch ein D-Ring hier könnte man sich das ganze auch in einem Gürtel machen zum Beispiel oder irgendwo an einem Rucksack als Zusatztasche also ich finde das Teil einfach nur praktisch und meine Erfahrungen mit dem Teil sind eigentlich durchweg positiv und für wen das alles ist schaut einfach mal in die Videobeschreibung da könnt ihr euch die Beschreibung von dem links mal angucken die genauen technischen Daten, was für Material ich glaube das gibt es auch noch in neutral beziehungsweise anderen Tarnmustern da bin ich mir jetzt aber nicht sicher da müsst ihr einfach mal auf die Links gehen und mal nachschauen ok das zum Helicotex Essential Bag Essential Kit Bag hört's gut natürlich genau die ich und du Untertitelung des ZDF, 2020